Die Testamentsbestimmungen Ihres Vaters sind eindeutig. Sie sollen eine aktive Rolle in der Firma übernehmen. Die Anteile. Wie viel sind die wert? Miss Tanner, Sie werden einen neuen Bodyguard brauchen. Müsste ich wissen, wer Sie sind? Sam, freut mich sehr. Sie sollten wissen, reiche Leute werden immer häufiger zum Ziel erpresserischen Menschenraubs. Sie sind sehr amüsant. Sie werden mir fehlen. Ich will den Plan durchziehen. Sie berichten nur mir. Haben Sie verstanden? Legen Sie sich auf den Boden. Sam! Na los! Wo bringen Sie uns hin? Komm! Raus hier! Eins muss klar sein. Ich arbeite nicht mehr für dich. Von jetzt an machst du also, was ich sage. Job erledigt. Was tust du noch hier? Sie hat niemanden. Das sind dich! Oder durch! Wer dich soll? Du musst dich wehren. Du musst dich wehren. Ich schaff das nicht! Runter! Freunde sollten einander doch vertrauen können. Versprich's mir. Sam! Ich verspreche's dir.